wobei baumwolle habe ich eigentlich wo wurde hingebaut und bäume pflanze ich gleich auch noch ich habe meinen heimleiterin vergessen wo wo er vergessen der schmiede wenn noch nicht rausgenommen jetzt der bio ja schon unterwegs die krims krams kiste tue ich jetzt mal die portalsteine oder fragmente rein die blaue portal stein schriftrolle bündel wow ein knochen habe ich jetzt fangen wir ganz groß an die grundgerüstet schon gebaut holzler sie auch schon mal hier und hat eine wird so dass hier wird raus was hier mit werkstatt kann ich ein baumwolle anpflanzen am besten hier auch auf dem berg hey wir zurückgekommen geil ich baue direkt auf dem berg hier oben du kannst du nachher auch eine sense machen trotzdem baue ich jetzt hier gerade baumwolle an ich glaube jeder charakter hat drei waffentypen nee sense war für anbauen für felder ja als magier hast du auch eine sense die meinte ich jetzt nicht ich meinte die sense als weißt du als solche hey guck mal da oben ist so ein feuerviech die möchte ich doch gerne mal besuchen hallo hallo feuersensen mann aua das tut ein bisschen weh Schattenritter des Feuers ciao Ritter des Feuers ich würde gerne wissen wo ich eigentlich meine ganzen Knochen gelassen habe ich weiß es nicht mehr Hafen von Quahal ach da können wir jetzt wahrscheinlich hinreißen als nächstes weil wir das Portal fertiggestellt haben nach äh wie sind das Ding jetzt Hafen von Kaul wir haben ja auch noch ein Portal in der naja da wo der wo das Schloss war hey bio was heißt denn dieser böse Schlüssel wo ist denn jetzt man was denn ich hatte irgendwo eine Rüstung hergestellt wo ist die denn ich hab die nicht war da nicht mehr dran bei mir ist aber ein Ausrufezeichen hier haben wir hier am aus bio stimmt auch so im ambos ja weil die leuchten rot kann ich aber auch nichts nennen warte ich guck mal rein aber jetzt hä jetzt geht oh war falsch also kann ich jetzt gar nicht weil bio dran ist jetzt sehe ich ja nichts mehr jetzt ist der rote Ausrufezeichen weg ah shit kann ja nachher auch Treppen und so du ich jetzt mal wüsste ich meine knochen gelassen wir müssen dringend knochen irgendwie organisieren knochen waren zweite insel in der mine dann auf noch zweite insel war staubige kreuzung da war doch die reisen war der uralte gott sie hat das baue hier für euch ne du wollt jüngern ich habe jürgen von gelesen da ist jürgen ich habe jürgen gelesen aber ich da stand jürgen die an die da können wir direkt wasser mitnehmen willkommen ich brauche holz um skizzen tischer zu stellen war nicht hier hier war eine mine da kriegst du auch wasser aus dem kaktus ja genau da hier ist nämlich die hacke die man herstellen kann upferwaren und holz bergbau kralle spitzhacke holzfäller haben wir irgendwo was denn haben wir irgendwo eine holzfäller aktion gibt es auch dann geht es schneller die lade glaube ich nicht haben wir noch irgendwo bio ist ein bisschen holz hier auch eine kohle und 1 1 1 1 1 knochen ich habe einen schwachen halt dran das ist ja auch nicht schlecht ich mache mir mal eben eine holzfäller aktion spitzhacke dann geht das schneller aber du hast recht löcher bleiben jetzt habe ich keine fall dabei ist doof ich habe bisher keinen einzigen knochen okay hier ist aber jetzt nix so wirklich außer Kupfer wobei Kupfer könnte man ja direkt wieder mitnehmen Kupfer tut uns ja gut ich habe nur ein Totem gesetzt alles gut geil wir werden geheilt in diesem fetten kampf ihr kämpft doch gar nicht gegen uns selbst ja wenn ich Kampf mit uns genau das innerliche Kampf das innerliche Kampf Prozent worden für mich an lange weil wir dachten wir haben uns damit raus und haben wir die diese dieses Ding gefunden ich glaube müssen uns jetzt leider noch das geht natürlich auch das vergesse ich leider immer wieder ich kann wieder nicht zum verdrückst du den Bio M und dann steht da unten rechts ach zurück zum Landeplatz ich denke mal die ganze Zeit reisen kann ich nicht naja da sind auch diese Affen da sind diese Typen die jetzt hier alles heim suchen oh was level 9 hä warum sind die so stark jetzt die sind level 9 ihr auch stärker werdet das sind die werden ach so das sind die Benz Robots ohohohohoho hä, so sind die Alter ich sollte mal ganz dringend was essen und drang nehmen ich habe Winterfell gefunden ich wollte gerade sagen, ich hoffe du hast noch ein Netz ja Schwäche wäre Wasser was warum ist jetzt gelaufen und hat sich schon vorgeheilt weil er mich getötet hat heißt es muss man eben reisen oder ja reist zu uns wenn er Vorsicht der gibt echt da da gibt der echt so dermaßen ein Alter ich habe ihn noch mal mitgekillt wenn der aus diesem Eisdingen rausgeht da ist der echt mega ich glaube die sollten wir lieber ein rohers mega pro talo ist der ich glaube aus diesen rohflammender robin wo wir sind gerade wir haben noch welche ja hier bei uns wo macht man den denn den musst du erstmal ey musst du nicht craften den brauchst du ab den brauchst du ab nein das ist so ein Stein nein ich muss den aber craften als irgendwas ja dafür brauchst du rohen robin ja aber womit craftest du das ich muss wahrscheinlich noch Rezepte finden oder so ey bio da sind noch ein paar ich brauche ein Spitzentuch ja lass mal Rezept für Papiertütenhut geil benutzen neues Rezept ich habe neues Rezept gelernt ooooh ja geil da ist das lag hier hat glaube ich einer fallen lassen irgendwie kannst du das machen aber ich weiß nicht wie du wahrscheinlich muss das auch lernen noch ich habe jetzt gerade zum Beispiel ein Rezept für Papier das ist nur eine Zutat Tütenhut gefunden es sind verdammt viele bio ich würde gerne eine Bergbaukralle machen dann geht schneller das abbauen von der Erde oh guck mal wie viele das sind hier ja ey die sind mir überall hab ich mir den Kupfer davon holen kann ganz vorsichtig so warte mal jetzt ein Tisch ich bin jetzt ich bin bei dir bio ich bin bei dir ich bin bei dir das macht mir Angst alter egal wo du hinguckst nur diese Viecher ja hoffe ich so unten runter was vielleicht haben wir doch schon gegrafen ne hatte die nicht also kleiner normaler trank ok cool auch mal im Holz sammeln gehen Ja, ich würde ja jetzt gerne zu dem, zu dem anderen Portal latschen, weil da haben wir auch noch ein paar Sachen rumliegen, aber ob das so gesund ist, könnten wir das ja mal versuchen. Und hier ist noch Kupfer. Kupfer bringen wir mit, hey, wa? Alle Fälle. Aber irgendwann muss halt Kupfer doch auf der Insel mal, ähm, leergezogen sein, oder, Bio? Dann ist Kupfer leer, ja. Äh, und dann? Ja, überall Kupfer noch. Ach so. Ah, Weizen brauchst du für Tränke. Sauber-Schaden. Ja, immer je nachdem. Sauber-Schadenschutz. Auch. Auch. Bios, sie sind überall Und sie stinken nach Kot Hey, hier sind noch mehr Tische Ja, alle brauchen wir nicht Ich nehm jetzt alle Werk mit Dann mach ich einen ganzen Raum nur für Werkbänke Und dann Feuer nehm ich mit Und die Schmelzofen und Du denkst, kann jetzt auch Ackerland machen Und hier, wie heißt das? Zeichenbrett Skizzentisch, nehm ich auch mit Oh ja Ähm, Hund, könntest du aufhören In meinen Kupfer zu stehen? Ach ja, genau, ich wollt Ach, das ist, ja, hier steht das auch Zwei, ey, drei haben wir schon mal Drei von zehn, Bio Die haben wir schon platt Von dem Event hier Wir sind einfach Genial, ja, ja Besiege zehn Jam-Utan, zwei von zehn Und besiege zehn Alp-Utan, eins von zehn Ja, aber da ist nur noch eine Minute Oder zwei Minuten Zeit Und schafft man Ja, stimmt denn wohl Ja Das ist der Umpa-Lumpa Ja, so ein Umpa-Lumpa Äh, natürlich Alchemistisch, das haben wir jetzt auch Wie gesagt, Skizzen-Tisch, die bringe ich mit Jaa, mach mal Jaa, mach mal Tauchen die, wenns immer einfach so auf? Also so Ja, heute nimm Ja, tauchen die, wenns immer Irgendwo, ne? Oder was? Irgendwo, ne? Nur hier Hey, generell auf den verschiedenen Maps Also Oh, hier ist ja auch noch eine Höhle Ja, ich mein, ne? Au Wenn schon, denk schon, ne? Er kann, er kann Aua Au Geil, ein Hieb Hallo, Knochenmann Oh ja Jetzt geht er noch tiefer Ich weiß nicht, ob er so toll für ihn war Hey, Kupfer Hey, wo kommt denn diese kleine Bescherung her? Hui Viermal Schleifstein Okay Und Baumwolle Und Kupfer Kupfer Was, Kupfer? Ja gut, Huni Was willst du denn? Und jammerst du hier so rum? Der Hund hier So, ich komme wieder zu euch Geil Ja, ich gucke nach, aber ich mache zwei Bäume Man wird das hier so ein bisschen Oh Wie langsam kommt meine Müdigkeit Aber ab Februar habe ich ja Gott sei Dank Wertauscht jetzt Oder beziehungsweise Habe ich getauschen lassen Dann Habe ich wenigstens Samstag Freitags frei Wenn ich auch Samstag frei habe So Zack Ich hatte irgendwo Wasser gesammelt Das weiß ich Zack Feuerball Ist das auch Ja 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 Komm hier so eine Minibombe Wasserbombe Kann man hier reintun Was haben wir hier noch? Hier hast du ja auch Kupfer Oh, ich kann Was denn? Wo ist Kupfer? Hast du gefunden? Ja, auf der Echt? Wo fehlt? Klassische Gartenbank Habe ich gerade gelernt Geil, toll Klassischen Sitz Luftdrang Habe ich auch nochmal Gerade gelernt Wasseressenz Zutat Ich muss hier auch Zutat zum Wasser mit dazu Sandblock Hierbei Ein bisschen Holz Kommt hier mit rein Komische Kupferplatten Block Kommt da rein Ein Stein Achso Kohle habe ich auch Wieder Ein bisschen Kohle Amstatt Weißt du? Kohle Amstatt Ja Ich weiß jetzt auch nicht Wo diese Laterne Gerade herkommt Ist mir wohl Dazu gelaufen Irgendwie Jetzt hast du doch Einen Zeichentisch Gebastelt Gehabt Fä noch Ja ich brauche Den jetzt gerade Deswegen Okay Ich baue den anderen Dann da hin Ja ich baue Hier noch Zwei Räume Dann wird das In Alchemie Und so ein bisschen Ingewandelt Und dann Jetzt hat Ein bisschen Anders ausschauen Passt nicht Passt nicht Hier die eine Die eine Werkbaum Passt da nicht rein Ja ich hab doch gesagt Da kommt nachher Noch ein Raum Dann baue ich eben Hier draußen Richtig davor Ich baue das ja nachher Noch um Schmelzofen Ich hab noch Einen Schmelzofen Wo sind andere Schmelzofen Ach da Setzen wir die Direkt dann Nebeneinander Ja die kommen nachher In den Raum Hier wird das Haus Wo Bett und Co Steht Okay Und oben Oder so Kommt der Schmelz Ah Sieht das schon Ja fast Also ich kann doch Mal das klassische Gartenbank Und klassischen Tisch Jetzt machen Was hab ich denn Hier am Baum Sitz Okay Da brauchst du Eisen Machen für Bäume hin Was Voll am Abholzen Ach ne Du warst Magier Du warst Magier Bio Ich war mal Okay Dann kannst du Meine Rüstung Gar nicht benutzen Was mach ich denn Dann mit meiner Rüstung Verkaufen Oder was Ja Kannst du machen Verkaufen Oder weg Schmack Auf jeden Fall brauchst du Für Was passiert Eigentlich Wenn eine Kohle Aus ist Und du stirbst Ich bin die 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 jetzt mit klamotten materialien und daran hat sich aber schon cool aus sogar hat vorher hast du vorher jetzt hier gerade aufgebaut ja und hat das feuer weil ich eingesammelt hatte ein das habe ich gekraftet so muss nur folgen also das stand vorher das habe ich Prozent eingepackt um hier ein Freund ist wieder da von uns die Glühende dann auch auf der Suche nach Knochen ach so Knochen? Geil! Warte ich komm! Knochen laufen ist das ja cool oder? in der laufenden Knochen sagst ja ich muss echt gleich glaube ich ins Bettchen jetzt kommt echt so einmal so weißt du das Knochen Goldschimmerbaumsetzling der hört sich besonders an ja den werde ich genau hier äh weiß ich nicht hier oben setzen zack ich glaube die Fähre hat meine ganzen Karottensätze kaputt gemacht nein außerdem brauche ne die ging zwischendurch auch kaputt weil die besser wachsen wenn du Acker baust war ein Fruchtfahrer war ein Fruchtfahrer war ein bisschen gelesen übrigens mhm konnte aber nicht lesen hab ich gehört krass was was vorsicht bevor der diese Wasser abschließt ich mag nachher eh Felder Entschuldigung weil die Karotten brauchen wir nachher für Getränke für Heiltränke und sowas dafür sind die nachher ganz ganz wichtig warum nachher ich hab die jetzt schon hergestellt ne es gibt ganz bestimmte Tränke die kriegst du ja ich weiß die hab ich ja jetzt schon hergestellt weißt ja ja aus Karotten und Wasser ne nicht Karotten und Wasser die Heiltränke ne doch nein nicht die die du so im Inventar hast gibt es wenn du den Alchemie tisch jetzt dann ab ja gegen Zauber ach so so oh oh weit nicht angreifbar also nicht sich ne angreifbar ich hab Luftrank keine Ahnung oder brauch stell 30% äh 30 Sauerstoff wieder her geil mehr unter Wasser atmen wie kann man denn nachher was sagen wofür sind nachher was denn ne Frage wofür sind nachher hier da gibt's doch blauer Portalstein gelber Portalstein grüner Portalstein roter äh später für für die ähm ähm weiteren äh 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 einzelnen Inseln oder so oder einzelne Portale oder so äh es gibt halt grüne Portale also so wie die Farben der Steine sind sind die Portale und du brauchst halt bestimmte Portalsteine die von bestimmten Monster getroppt werden oh ok die brauchst du dann wiederum um Portale freizuschalten der jetzt quasi immer noch alles sind also es ist noch alles sehr grad liegen äh hat man ja auch sowohl gerade sagen das ist ja eher so ein so ein Dungeon Crawler hier ne kann man ja so sagen ja doch eigentlich schon oder mega Spaß wie ich hab ja nicht gesagt keinen Spaß macht ich hab ja nur gesagt das ist ja mehr so so ein so ein ja Dungeon Keeper wie spielt ihr denn eigentlich alle jetzt hier so First Person oder First Person First Person First Person First Person ein paar paar der Ego bin ich irgendwie Tunnelgrabe oder wenn du nie selbst dann ja manchmal habe ich auch Probleme Dinge anzukehren wenn die ja ich guck ich guck lieber auch mal auf meine Figur ganz ehrlich gesagt ne aber es ist einfacher zu bauen ich also ich kann zum Beispiel ja Christchurch ist ja von hinten also was zu den von hinten sie ist Ego Perspektive ist den aus der eigenen Sicht ja genau so ich mache Ego Perspektive weil zum Bauen ist das besser ich kann so ein aber möchte ich jetzt auch nicht ne es wirklich einfach als ich habe bereits schon probiert ganze besser ansteuern dann mach jetzt aber mal Feierabend ja FIFA Feierabend und sagt tschö und viel dazu um zu schalten die Wende sind ja schon zuvor ein hat da einfach weiter wenn es euch gefallen hat hat die Fähre gesagt hat guckt einfach weiter genau so mit dem Haus immer auch wenn es euch nicht gefallen hat genau das ist kann man so auch sagen die Steine hier ist ein Schutzwall ja auch irgendwann mal anfangen zu bauen